Stoppen Sie mit dem Rauchen von Medikamenten für alle Raucher Verschiedene Arten der Raucherentwöhnung funktionieren für viele Raucher gut, aber es gibt keine einzelnen Medikamente, die für jeden Raucher wirksam sind. In einigen Fällen wird die Wahl der Raucherentwöhnung durch andere Gesundheitsprobleme beeinflusst, die im Rahmen der Behandlung behandelt werden müssen. Zum Beispiel funktionieren manche Raucherentwöhnungshilfen nicht gut für Menschen, die an Angststörungen leiden, wie zum Beispiel generalisierte Angststörungen oder Panikstörungen. Ein qualifiziertes medizinisches Fachpersonal kann den Zustand des Patienten beurteilen und ein Medikament zur Raucherentwöhnung empfehlen, das wahrscheinlich wirksam ist. Weitere Fakten über das Rauchen aufhören Einige Medikamente, die aufhören zu rauchen, können zur Behandlung anderer Arten von Krankheiten verwendet werden. Beispielsweise wird Bupropion unter mehreren Markennamen zur Behandlung von Depressionen sowie als Hilfsmittel zur Raucherentwöhnung vermarktet. Die Verwendung von Medikamenten zur Aufhebung der Rauchgewohnheiten erhöht die Erfolgschancen erheblich. Studien deuten darauf hin, dass die Einnahme von Medikamenten mit dem Rauchen auf Anweisung eines medizinischen Fachpersonals die Chancen eines Rauchers, aufgegeben zu werden, verdoppeln. Diese natürliche Chemikalie beruhigt das Verlangen des Körpers nach Nikotin und hilft bei der Nervosität und Reizbarkeit, die während des Nikotinentzugs üblich sind.